Halli, hallo, hallöle, willkommen! Die zweite Runde beginnt. Willkommen zurück zu Road to London. Und heute geht's weiter. Jedes Team hat einmal gespielt. Gleich kommen wir nochmal zu den Ergebnissen von gestern. Aber zuerst, kurze Info, das erste Spiel des Tages. Finnland gegen Russland findet live um 15 Uhr in St. Petersburg statt und wird exklusiv bei Magenta TV übertragen. So, das ist ein Spiel übrigens der Gruppe B. Ja, wir fangen mit der Gruppe B an. Kurze Info nochmal zu gestern. Da hatten wir ja einmal Ungarn gegen Portugal mit einem 0 zu 3. Da kamen ja dann innerhalb von ein paar Minuten auf einmal zum Schluss noch Tore. Und Frankreich gegen Deutschland mit einem unglücklichen 1 zu 0 für Frankreich, war es ja ein Eigentor von Hummels zu bei einer 20. Minute. Falls sich Leute noch daran erinnern können. So, wir werden hier mal ein bisschen den ganzen Kletterer-Dutch wegklicken. Weil wir haben jedes Team einmal gesehen, wie es aufläuft. Das ersparen wir uns einfach mal. Das können wir gerne nochmal ab der K.O.-Runde dann machen. Ich glaube, da lohnt sich das nochmal. Aber hier nicht. Tor? Nö. Wir müssen auch nicht jede Wiederholung zeigen. Mittlerweile wissen wir ja, was das Spiel uns immer sagen will. Ich wollte es halt nur für jedes Team einmal voll ausnutzen. Jetzt können wir es erstmal wieder kürzer halten. Bei Toren können wir immer noch eine Wiederholung laufen lassen. Klar, aber sonst müssen wir echt nicht alles zeigen. So, dadurch, dass hier natürlich jetzt jedes Team einmal gespielt hat, kann man ja auch schon mal so eine kurze Bilanz ziehen, wie das Team reingekommen ist. Bei den Deutschen hapert es halt noch ein bisschen. Das hat man aber auch gesehen. Ich hoffe mal, dass die noch ein bisschen reinkommen. Aber ich glaube, das meiste war ja auch ein bisschen... Vor allem in der ersten Halbzeit hat man, glaube ich, ein bisschen was am Schiedsrichter auszusetzen gehabt. Da ist eigentlich alles so ein bisschen kreuz und quer. Noch mal ein bisschen zum Modus. Es sind 24 Mannschaften, die ja bei dieser Europameisterschaft wieder teilnehmen. Wie auch schon vor fünf Jahren bei der EM in Frankreich. Normalerweise findet ja eine EM alle vier Jahre statt. Aber wegen der Corona-Pandemie hat sich das Ganze ja etwas verzögert. So, Halbzeit 0-0. Und deshalb ist es halt jetzt erst. So, zweite Halbzeit. Von den 24 Mannschaften gehen die Gruppen Ersten und Zweiten. Hoppala. Ich spiele Russland und muss in die andere Richtung. Ja, also genau, die Gruppen Ersten und Zweiten kommen dann ins Achtelfinale. So wie die vier besten Gruppen Dritten. Da wird sozusagen nochmal eine extra Tabelle untereinander dann zusammengestellt. Um die vier Besten auch wirklich zu ermitteln. Ei, ei, ei. Und dann ab dem Achtelfinale geht es ja wie gewohnt, kennt man ja alles, in K.O.-Verfahren weiter. Der Sieger jeweils kommt weiter. Sollte nach 90 Minuten immer noch unentschieden sein. Auch hier, das kann man bei PES einstellen, dass es dann natürlich auch eine Verlängerung gibt. Ist natürlich aktuell ausgeschalten. Gibt es natürlich zweimal 15 Minuten Verlängerung. Und sollte es dann immer noch unentschieden stehen. Es könnte sein, dass wir dazu auch mal das ein oder andere Mal kommen. Gibt es Elfmeterschießen. Echt. Vielen Dank. Ja. Nach so ein paar Dinge sollte man zwei gelbe Karten bekommen, ist man für ein Spiel gesperrt. Genau, natürlich gibt es das so bei einer roten Karte. Das Ganze wird, glaube ich, erst nach dem Viertelfinale gelöscht. Damit man nicht im Finale gesperrt wird, wegen gelben Karten. Ei! Tor für Finnland. Tja. Ich habe noch nie ein Spiel, glaube ich, verloren, wovon ich mich erinnern kann. Unentschieden ja, aber verloren? Nein. Hier sehen wir es kurz nochmal. Ja gut, da war einfach der Ball weg. Jetzt muss ich mich beeilen. Oder ich verliere auch mal. 1 zu 0 für Finnland. Und damit geht es gleich weiter mit dem zweiten Spiel. So, und da sind wir beim zweiten Spiel. Türkei gegen Wales. Ich spiele die Türkei. Das Ganze findet um 18 Uhr live in Baku statt und wird auch in der ARD übertragen. Hier wird das Ganze jetzt allerdings nicht in Baku stattfinden, sondern in Rom, dem anderen Stadion der Gruppe A. Sparen wir uns den ganzen Kletterradatschirm am Anfang und gehen direkt ins Getümmel. Ecke. Äh, Einwurf natürlich. Man sollte die Spielregel noch kennen. Äh, 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 Äh. Danke, kein Gelb, danke. Sehr großzügig. So. 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 . So. So. . So. 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 Und damit beginnt die zweite Halbzeit. So. Einfach weg mit dem Ball. Einfach weg mit dem Ball. Einfach weg mit dem Ball. Übrigens, wie ich das ganze Stadionproblem mit dem, ab dem Achtelfinale lösen werde, also Achtelfinale wäre da betroffen, da ja nur sieben Stadien möglich sind. Achtelfinale gibt es acht, Viertelfinale gibt es vier, wären wir bei zwölf. Das heißt, es sind nicht sieben, es sind fünf Stadien. Das andere ist ja nochmal so ein zusätzliches Stadion, was drin ist und der Zufallsmodus. Ich werde versuchen, jedes Stadion natürlich mindestens zweimal zu haben bei Achtelfinale. Das heißt, die, die nicht dabei sind, werde ich ersetzen. Das allerdings nicht aufgeht, weil es immer noch zu wenig Stadien sind. Aber wenn ich das machen würde bei den fünf, wären wir bei zehn. Oh, da gibt es eine gelbe Karte. Ich würde es nochmal gucken. Ah ja. Werde ich zwei Stadien wahrscheinlich dreimal entlassen. Dazu wird es aber wahrscheinlich nicht das Wembley Stadion und nicht das Stadion in St. Petersburg sein. Aus Gründen. Aber mehr dazu dann, wenn es soweit ist. So, das war's. Und damit, ja, haben wir alle drei Spiele des Tages durchgeschafft. Vielleicht geht's so aus. Hier war's ja jetzt wieder 0-0, weil ich nichts geschafft habe. Wir sehen uns morgen dann wieder an derselben Stelle. Bis dahin und ciao, ciao.